Hallo und herzlich willkommen hier bei Kaliber 80. Ich habe heute für euch wieder eine 1 von 93 plus Team of the Year Foot Geburtstag Trophy Titan Shapeshifter Icon Spielerwahl vorbereitet. Und was das bedeutet, das wisst ihr hoffentlich. Es könnte heute ein Cinedine Zidane 97, ein R9 Ronaldo 97 kommen oder aber auch ein Pelé 99, ein Garincha 98 aus der Shapeshifter Kampagne. Es kann einiges an Krachern rauskommen, es kann aber auch natürlich wieder Schrott kommen. Bevor wir jetzt die Spielerwahl aber machen, eine Bitte lasst ein Abo da, wenn ihr es nicht eh schon gemacht habt, lasst ein Like da und schreibt doch in die Kommentare, wie ihr diese Spielerwahl fandet. Als kleiner Funfact noch, sie war recht preiswert. Ein 86er Team mit Team of the Week Spieler, ein 84er Team und ein 81er Team, konnte ich alles locker aus dem Verein machen. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein. In 3, 2, 1, los. Ich habe es mir schon gedacht. Das ist jetzt die gute Frage. Weron, Jero oder Cole? Ich habe mal gehört, dass der Cole eigentlich ganz nice sein soll, aber die werden alle nichts mehr kosten. 87,5 der Cole, Fernando Jero, 92 Rechtsverteidiger, 55k und Veron, 92, 68k. Ich würde tatsächlich dann doch den Cole nehmen. Der hat nämlich eigentlich auch ganz schicke Werte, wobei... Ja, doch. Oder nehme ich für's... Ja, komm, nehmen wir den Cole. Nehmen wir den Cole, vielleicht spiele ich ihn mal. Könnte ihn auch einbauen. Schauen wir mal kurz, weil er ja Engländer ist oder Engländer... Ja doch, er ist immer noch Engländer. Geht die Chemie um eins runter. Ja, naja, muss ich mir mal überlegen. Ich sage auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ja, naja, 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 Vielen Dank.